Ja, ist dort noch der Moment. Ja, gleich ist es soweit. Jetzt theoretisch, aber da habe ich ja kein Geld mehr zum Tüddeln. Da könnte ich lieber doch noch mal eine Werbungskampagne raushauen. Überlege ich gerade mal. Machen wir auch. Gratis Gutschein für 31 Grad und Hitze. Da ist natürlich ein Gratis Gutschein für so eine richtig schöne, schwer in Marken liegende Pizza. Genau das Richtige bei den Temperaturen. So, mal die hier haben Kampagne, war doch ist dann hoffentlich bestimmt die letzte. Toiletten machen Minus. Klar, A machen, glaube ich, Gewinn, Gyroskop macht leichten Gewinn, Toilette 1 macht Gewinn, 12 pro Stunde. Ob das eigentlich irgendein Werk, den man nicht vergessen kann, oder Fast Mace, keine Warteschlange? Ist denn das zu langweilig? Ich muss schnell durch den Lagerwind gehen, das muss eben noch eine Mark wert sein, da haben ein paar Leute kommen. Gut, solange überhaupt ab und zu Leute kommen, ist in Ordnung, weil so ein Lagerwind hat ja kaum Unterhaltskosten eigentlich. Das ist dann in Ordnung, ob da überhaupt jemand mitfährt und die Leute nicht rumheulen hier von wegen, ist alles in Ordnung. Also ich möchte gerne etwas aufregendes als fliegende Untertassen erleben, ja, das ist klar. Man könnte auch mal hier die Fahrzeit auf eine Minute, warte mal, das ist mal kurz ein Versuch, das ist nämlich der Maximalwert, den ich dort einstellen kann, bei der Fahrzeit. Achso, drei Minuten nur, ich dachte, da geht auch mehr. Und seitdem einer Maus sucht, so zehn Minuten, dann bloß ein einziges Ding da drin. Das wäre sicher auch lustig gewesen, und gemäßigt dazu, immer noch am 7. August. Es muss doch gleich mit der Einblendung kommen, was das ist. Ich bin gespannt. Ich mache gemäßig der Attraktionen mal raus, dass wir vielleicht zum Ende dann nochmal irgendwie in der Einspurbahn, oder worauf hat die Welt gewartet. Ich habe jetzt hier mal nur aufregende Attraktionen gemacht, dass wir vielleicht am Ende von dem Level nochmal irgendwie was Schönes kriegen. Hier haben wir auch wieder 4.500, 7.500 knapp gemacht. Hier haben wir sie schon, die sind doch schon drüber. Ladenverkäufe geht, also ich bin immer so schuld, wenn es geregnet hat und wann nicht hier. März, April hat es wohl mal geregnet, und da ging es gleich aufwärts. Gehälter 2220 Mark. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich gar keine Mitarbeiter einstelle, oder bloß einen, der alles machen muss, dann hätte ich 2300 mehr auf dem Konto. So, August. Letzten drei Monate starten. Aber ich denke mal, wenn jetzt nichts Großes noch passiert, dann sind wir locker durch. Die Bergwertung haben wir erreicht, und die 1006, nee, Quatsch, 300 Besucher haben wir auch. Gibt es sogar ein gewisses Puffer, was noch am steigen ist. Was denken denn die Leute generell? Oh, 45 Leute sagen, ihnen sei schlecht. 27 denken, sie haben Hunger. Dann ruppen die denn alle rum. Die brauchen sich doch noch was zu kaufen. Da ist was. Na gut, die Fressbuden sind jetzt auch jetzt nicht so verteilt. Hier unten ist... Hier hinten haben wir was, und dann... Hier ist nochmal eine Fressecke. Aber es gibt was zu essen. Also, diese Ausrede, ich habe Hunger, die kann ich jetzt nicht so ganz gelten. Lass ich hier für Thunder Rocks Splash eine Ewigkeit anricht. Wie ist denn da die Warteschlange? Ja gut, da rupt schon einer rum, der die Leute ein bisschen bespaßt. Ein Entertainer. Eroskop ist auch was los. Oder geht gerade irgendwas kaputt? Die Rutsche. Meilen. Sicherheitsabschaltung. Genau. Pindelipak war ganz toll. Dieser Park ist mir jetzt überfüllt. Naja, so überfüllt ist er doch eigentlich gar nicht. Ich weiß ja nicht, wovon ihr ja redet, aber... Eine Kartbahn gab es noch nicht, oder? Nee. Gut, jetzt brauche ich da eigentlich auch nicht mehr, wo das Level eh gleich durch ist. So, hängende Einspurbohren. Das war diese hier. So, gleich mal 5000. Da werde ich dann die Schulden zurückbezahlen und dann mal gucken, wie es sich ausgeht. So, jetzt so. So. Konto ist leer, aber hauptsache Schulden... Oh, minus 500. Hauptsache Schulden, jetzt mal Zugpitz, dann hier im Juli haben wir sogar 8000 Fahrgelder eingenommen. Aber da wir hier immer allgewinn machen, dann müssten wir eigentlich aus dem Minus dann bald zeitnah raus sein. Es dauert halt nur einen kleinen Moment. Wilde Gerüchte treten auf, dass der Park insolvent sei und sich nichts mehr leisten kann, aber das stimmt nicht. Der Parkbesitzer, das ist Taktik von ihm. Um die Schulden loszuwerden. Oh, was ist hier drüben schon wieder los? Probleme beim Switcher. Na, was ist? Gehen die noch dort ruf? Das kann ich auch gleich zumachen hier. Da ist... Da ist wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt gegangen. Der hing hier und die andere Bahn fuhr da gleich raus oder sowas. Irgendwas. Und dann hing die hier fest. Das ist auch wieder kurios. Wenn meine Waschmaschine schleudert, dann ist die doch gleich fertig. Aber ich würde erstmal mit der Aufnahme hier die Aufnahme ja fertig machen. Da kann ich keiner davon abhalten. Da sind die 7 Sekunden ja noch zu wenig hier. 21, 22, 23, 24, 25. Nö, das sollte eigentlich passen hier. Vom Abstand. Oder war da Stationsbremsen-Versagen im Spiel oder irgendwas, wo der Verkehr weiterläuft, aber die Bahn hier auf dem Ding hängen bleiben, hängen bleiben. Weil normalerweise hier 7 Sekunden, das bringt ja eigentlich keinen hier zum Stehenbleiben bei dem Abstand. Sehr dubios. Wir sind jetzt aus den Schulden raus, haben 1000 plus. Was im Minus. Solche Hänger, die sind immer dubios. So, kommt jetzt immer bei Thunder Rocks Rapids und repariert was. Ah, der hat es schon ganz gemacht. Sehr gut. Steinadler-Dompteur hart und Verlust machen. So bezahle ich nicht für Steinadler-Dompteur. Na ja. Dann bezahle ich halt nicht so viel dafür. Da muss Preissenkung bei Fastmail ist. Bonanza-Deffekt. Und da geht nochmal irgendwas kaputt. Aufhende Attraktionen kommt als nächstes. Ich bin gespannt, was das ist. Da haben wir noch ein bisschen was offen. Aber ich glaube, die Warteschlange beim River Rapids, bei der Wildwasserbahn, bei Mountain Rückenhör מדie. Und die könnte glaube ich ein Stück kürzer sein, sollte ich das sehe. Und da irgendwas machen, eine Abkürzung irgendwie draus bauen. Und da platz die mal ein Stück ein, Jo. Und da fährt dann nochmal so eine kleine Abkürzung rein. Bei der sich die Leute dann noch ein bisschen mehr verteilen. Da könnte man den hier oben anschließen. Das wäre dann gar nicht sinnlos. Na gut, es bleibt so. Wird ja jetzt schon genutzt, die Strecke. Ja, wir können jetzt auch mal gucken, so kurz vorm Ende, bezüglich der Hilfskräfte, wie der Stand ist. Hier haben wir, so richtig viel haben die ja eigentlich nicht gemacht, Jo. Die Top 3. Die von Anfang an mit dabei waren. Haben schon einige Zwecke. Da schließt die Fenster immer so dermaßen blöd hier.